Sie hören, den Kurier. Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerin, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Anlegerpodcast aus Österreich. Bei mir im Studio wie immer der stellvertreffende Leiter der Kurierwirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Und es ist vollbracht, es ist jetzt die 52. Folge von Ziemlich gut veranlagt und wenn man sich im julianischen Kalender auskennt, weiß man, es ist ein Jahr. Ein Jahr ist rum, ja. Ein Jahr ist rum und ich muss sagen, als wir diesen Podcast begonnen haben, waren wir voller Hoffnung. Wir haben die Welt positiv gesehen, wir haben uns über KGVs von 18, 19, 20 den Kopf zerbrochen. Wir haben uns gedacht, wird es nächstes Jahr um 5% rausgehen oder vielleicht nur um 3? Ja. Wird die Inflation 3% sein oder vielleicht 5? Und irgendwie, irgendwie ist dann doch alles ganz anders gekommen. nachzuhören in den letzten 40 Folgen, falls ihr es versäumt habt. War halt nicht ganz so prickelnd das Jahr und es bleibt uns ja noch immer die Sorge, hängt das mit unserem Podcast Kausal zusammen? Also sind wir schuld an allen oder haben wir einfach nur Pech gehabt? Ich neige leicht finanziell mit einem Ja zu antworten, aber ich heiße Kausalität und so weiter, ja. Kausalität, Korrelation, Koinzidenz. Alle drei haben ein K, heißen nicht das Gleiche. Ja, also sorry dafür, wenn wir schuld sind, tut es uns echt leid. Entschuldigen wir uns auch mal, wir glauben es halt nicht wirklich, weil wir sind keine Verschwörungstheoretiker. Aktuell sah es auch nicht viel, viel besser aus. Kommen wir dann näher noch drauf, US-Berichtssaison etc. Aber zuvor möchte ich noch eines klarstellen, Robert, ich bin ein Gewinner. Wirklich? Ja, ich habe nicht unsere Wette gewonnen. Welche Wette? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Wir haben nachzuhören in einem der letzten Podcasts, wir haben gewettet um den Metallerabschluss. Und du hast gesagt 6,0% und ich habe gesagt 6,1% und es sind jetzt 7, irgendwas Prozent. Ja, ja, ja. Das heißt, ich war näher dran und deswegen bekomme ich als Wetteinsatz das, was wir uns ausgemacht haben, die legendäre Cleverpizza natürlich. Was könnte sonst sein? Ja, kriegst du von mir. Lass sie dir gut schmecken. Ja, du weißt, ich möchte die Cleverpizza Salami um 99 senden und nicht die Margarita um 89. Kriegst du. Prosciutto magst du vielleicht auch? Ja, den müsstest du aber extra drauflegen. Also das müsstest du dann selber machen. Okay. Ja, aber da freue ich mich drauf und dann machen wir ein Foto, wie wir gemeinsam unsere Cleverpizza verzehren. Ja, machen wir das nächste Mal dann. Das wird schön. Gut, damit kommen wir zu den aktuellen Problemen, abgesehen von der Ernährung, wenn man sich nur von Cleverpizzen ernährt. Und wir kommen zu den Inflationsraten und den gestiegenen Leitzinsen. Und angesichts dieser großen Herausforderungen, Rüdiger, könnte man meinen, unser Podcast kam zum richtigen Zeitpunkt. Ja, ich weiß es nicht. Es wäre lustiger gewesen, den Podcast zu machen, wenn alles raufgeht. Ja, aber das ist ja einfach dann. Das stimmt. Okay. Man muss es mit Demut nehmen, so wie es es ist im Leben und man kann sich auch nicht ändern. Und wir werden es in den nächsten Monaten weitermachen und ich sage, wenn der Nasdaq bei 5000 Punkten ist, dann überlegen wir uns doch aufzuhören. Dann liegt es vielleicht auch an uns, aber das wollen wir nicht wirklich hoffen. Gut, und es kommen hoffentlich bald bessere Zeiten. Ja, auf diese freue ich mich dann schon. Und wenn die besser wären, sehen wir das eh. Und jetzt kommen wir mal zu unseren heutigen Themen. Wir schauen uns noch ein paar interessante Quartalszahlen an. Etwa von Ryanair, österreichischen Banken oder TripAdvisor. Und was sich bei Puma und Adidas so tut. Und sowie günstige Einstiegsmöglichkeiten bei ausgewählten Titeln haben wir auch. Und beginnen möchte ich aber bei Warren Buffett. Du hörst ihn ja immer am Beginn des Podcasts mit seiner herrlichen Grundregel. Die erste Regel beim Investieren ist es, keine Verluste zu machen und die zweite Regel ist es, die erste nicht zu vergessen. Tja, wenn es denn so einfach wäre. Zumindest dieses Jahr ist es für seine Firma Berkshire Hathaway nicht ganz so gut gelaufen. Aber gut 3,5% Minus beim Aktienpreis ist deutlich besser als der Börsenschnitt. Der Dow Jones ist um 10% runter. Beide sind Dollar in Euro, sind beide in Plus. Berkshire Hathaway in Euro gemessen sogar um 10%. Ich habe selber Berkshire Hathaway Aktien, muss ich hier glücklich hinzufügen. Die Investments sind im letzten Quartal wieder um 10 Milliarden weniger wert geworden. Das liegt auch an Apple, denn nach der Bärenrallye im Juni bis Mitte August ist Apple ja in sechs Wochen um 34% gestiegen, sind jetzt wieder runter am Boden der Tatsachen und knapp die Hälfte von Warren Buffetts Investment liegt ja in Apple. Den richtigen Riecher hatte er jedenfalls, als er Ölaktien verstärkt hat, Stichwort Chevron. Er selbst sieht die Verluste jetzt gelassen. Er ist ein langfristiger Anleger. Robert, man könnte auch sagen, Warren Buffett ist der König des Aussitzens. Mein großes Vorbild offenbar. Ich hoffe auch von der Lebenserwartung her, dass du mithalten kannst. Also der ist ja 91. Ja und voll fit. Ja und das heißt, du hast noch ungefähr 45 Jahre, bis du Warren Buffetts Alter erreichst. Aber ob ich sein Vermögen erreiche bis dahin, weiß ich nicht ganz. Ja gut, aber das kann auch werden, langfristig denken. Aber auch Warren Buffett hat sich verzockt und ich will mal angeschaut, welche Aktien in seinem Portfolio sind diejenigen, die seit dem Kauf am meisten im Minus sind. Also damit es nicht nur uns so geht mit unserer legendären Riven-Aktie, sondern war Warren Buffett so richtig ins Rote gegriffen, um nicht ins Braune zu sagen. Und ins Rote nämlich beim Heinz Ketchup mit minus 51% Zeitkauf. Das ist aber überraschend, weil das ist ein klassischer Konsumtitel, der eigentlich immer erworben wird, wo ich jetzt keine nachvollziehbaren Gründe aufs Erste sehe. Vielleicht können wir dem nachgehen in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass sie substituiert wurden durch wen andere. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich finde... Ketchup wird noch immer gegessen. Ja eben. Und auf der Pizza ist es auch. HP mit minus 22%? Ja. Gut, Computer. Ja, ja. City Group mit minus 5%, da wissen wir, der Robert bei Banken sagt, ach ja klar, das ist eine Bank. Snowflake, eines der wenigen Growth Stocks Investment des value-orientierten Buffett. Ob man da jetzt Lust bekommen hat, mehr in Richtung Growth zu gehen, weiß ich nicht. Weil mit Snowflake, Cloud Computing machen die Jungs, auch minus 51%. Ja, da... Aber da sage ich, hey, wollen, das ist noch gar nichts. Da habe ich ein ganz anderes gesehen. Ja, aber das kommt davon, wenn man von so einer Strategie abgeht, ne? Ja. Stellt sich jetzt die Frage, sollte man sich diese Titel nicht genauer ansehen, das können wir ja machen bis zum nächsten Mal. Wenn Buffett hält ja daran fest und am Ende des Tages hat er ja meistens recht und man könnte jetzt sagen, naja, ich kann diese Titel günstiger einkaufen als Warren Buffett. Das wollte ich gerade sagen, ja. Also das wollte ich gerade sagen. Also Kraft Heinz klingt eigentlich... Sehr schön. Also wir werden das für das nächste Mal analysieren und sagen... Kann man sagen, ja. Da kann man immer sagen, ich habe es billiger gekauft als Buffett. Hey, 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 Warren, ich habe es billiger. Ja, so. Ja, ob das immer die richtige Strategie ist, da bin ich auch schon gespannt. Wenn es ganz so leicht wäre, glaube ich, ja, werden wir wahrscheinlich alle reich. Und wenn wir alle reich wären, was hätten wir dann? Inflation. Ja, sehr wie im richtigen Leben. Wunderschön. Völliger Wahnsinn. Wunderschön. Aber seine gute Performance in Summe, die kommt natürlich von Apple seit dem Kauf 276% plus und 40% vom Portfolio sind Apple. Also da kann er sich das Heinz Ketchup und die Snowflake ja auch noch leisten zur Not. Ich kann es auch ganz gut wegstecken. Ich habe nämlich Berkshire Hadaway B-Shares. Die E-Shares habe ich nicht. Die liegen aktuell bei 438.575 Dollar. Da tue ich mich mit dem Stückeln irgendwie so schwer. Da war es eine, 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 eine. Ja, das verstehe ich. Spannende Zahlen habe ich von Ryanair. Die irische Billigfluglinie hat nach einem erfolgreichen Sommer im ersten Halbjahr einen bereinigten Gewinn von 1,37 Milliarden Euro nach einem Verlust von 48 Millionen Euro im vorherigen Zeitraum verbucht. Damit verdiente das Unternehmen auch mehr als im Halbjahr vor der Corona-Krise. Und für die kommenden Wintermonate wird, die in der Luftfahrt eher schwach ausfallen, mit einem ziemlich ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Aktuell raten von 15 Analysten 13 bei dem Titel zum Kaufen oder Aufstocken mit einem durchschnittlichen Kursziel von 30% über dem aktuellen Wert. Ja, würde ich mir auch wünschen, weil ich habe selbst Ryanair-Aktien, habe ich mir gekauft, so im Februar, März. Seit Jahresanfang haben sie ein Drittel verloren. Die vergleichsweise guten Zahlen haben der Aktie aber in den letzten paar Wochen auch Auftrieb gegeben, ungefähr 20% drauf. Also ich bleibe da dran. Gemäß seinem alten Motto, Robert? Aussitzen. Aussitzen, genau. Solange man es nicht in einer Ryanair-Maschine aussitzen muss, geht es. Ja, mir persönlich sind Fluglinien einfach prinzipiell zu volatil, weil sobald irgendwas ist, geht es sofort, sackt der Kurs. Ich habe es eh schon einmal erzählt, Ryanair ist halt der Kostenführer und da habe ich mir gedacht, wenn ich schon in der Branche was kaufe, dann den Kostenführer und mal schauen, ob das noch was wird. Wie gesagt, das sind immer relativ kleine Investments, so Cornerstone-Investments bei mir ist Bergschau, Hedeway und ein paar Fonds. Gut, Robert, bleib mal beim Reisen. Verwendest du TripAdvisor oder gehst du noch, so wie ich dich einschätze, ins Reisebüro und lässt dich von der sympathischen Beraterin zu? Da hat man ein Dreistein-Hotel in Italien, das ist bei Familien total beliebt am Strand, das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Also lass du dich so beraten oder bist du schon in diesem neuen, was wäre es, ja, Internet, genau. Ich mache eine Kombination aus beiden. Ja? Ich schicke meine Wünsche ans Reisebüro per E-Mail. Wirklich, per E-Mail schon? Ja, 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 ja. Und kriege dann die Antworten zurück. Oder ich buche mir jetzt sogar die Reise selbst im Internet. Nein. Ja, aber nicht bei TripAdvisor. Das nutze ich dann eher vor Ort, um irgendwelche Lokale auszuchecken oder sonstiges. Würde man TripAdvisor auschecken als lokal und hätte man TripAdvisor bewertet auf TripAdvisor, wäre die Bewertung maximal zwei Sterne im Moment. Ja, ja. Weil sie haben gerade frische Zahlen vorgelegt und die Aktie ist nachbörslich gleich mal um 18% gefallen. Na gut, die Umsätze und die Gewinne sind gestiegen. Das war klar, Reisebranche ist ein No-Brainer nach zwei Corona-Jahren. Was soll das schon sein? Aber die Gewinne waren geringer als erwartet. 28 Cent pro Aktie statt 39 Cent. Das ist doch um 30% weniger als die Prognose war. Und einer der Gründe ist auch der weiche Euro. TripAdvisor macht ja viele Umsätze außerhalb der USA, bilanzieren natürlich den US-Dollar und der weiche Euro führt natürlich hier zu Einnahmeverlusten. Kommen wir zu einer Aktie, die etwas fast Einzigartiges geschafft hat. Eine Tech-Aktie, die in den letzten drei Wochen um 21% drauf ist, während der Nasdaq fast flat war. Es handelt sich um Arista-Networks. Was machen die? Cloud Computing, Netzwerkautomatisierung. Und sie machen es ziemlich erfolgreich, denn während die Wachstumsraten bei Microsofts Azure und bei Amazons AWS eher schwächer geworden sind, wir haben ja darüber berichtet bei den Quartalsergebnissen, hat Arista den Gewinn um 20% über den Prognosen gehabt und auch der Umsatz war 23% höher als gedacht. Und auch der Ausblick des Managements ist positiv. Deswegen ist der Aktie im Moment auch recht gut. Fein. Ich möchte noch auf zwei Schwergewichte im ATX zu sprechen kommen. Zum einen die Reifersenbank International, zum anderen die erste Group. Beide haben sehr gute Quartalszahlen jetzt präsentiert. Der Netgewinn hat sich bei der RBI seit Jahresbeginn auf 2,8 Milliarden Euro, noch 1,1 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Das hört sich jetzt zunächst einmal wirklich super an. Doch die Sache hat einen kleinen Haken. Die Hälfte davon, von dem aktuellen Gewinn, kommt bereits aus Russland. Vor einigen Jahren war das erst ein Drittel. Das liegt aber wahrscheinlich auch ein bisschen an der Rubelstärke. Also die Bewertungen natürlich, wenn ich es in die Bilanzerei nehme. Und ich hatte den Rubel wahrscheinlich gefühlsmäßig irgendwo so bei 120, 130 angesiedelt. Jetzt steht er irgendwo bei 50, 60. Das macht es natürlich auch aus. Aber trotzdem, ja, ein bisschen schwierig. Und das, was dazukommt, ist, wegen der westlichen Sanktionen, bleibt das Geld in Russland, was dort verdienen wird. Es fließen also keine Dividenden nach Wien. Die Anleger haben jetzt da auch nichts davon. Ja, und aktueller Stand der Dinge ist der, wie die letzten Monate das Russlandgeschäft wird weiterhin überprüft. und wird überprüft. Und das müsste dir gefallen, das nennt man auch? Aussitzen. Ja, richtig. Ja, ich kann es aber auch nachvollziehen. Das war mir klar. Ja, nein, Spaß beiseite kommen wir zuerst, die ist ja nicht in Russland zu ihrem Glück vertreten. Der Gewinn fiel bei der Erste jetzt nicht so üppig aus wie bei der RBI. In Summe hat die Erste den Nettogewinn nach neun Monaten auf 1,65 Milliarden gesteigert, nach 1,45 Milliarden. In der Vorjahresperiode der Kurs, der Erste, hat seit Bekanntwerden der Zahlen um 13 Prozent zulegen können. Bei der RBI waren es immerhin rund 3 Prozent. Und dazu kommt ja auch, dass die Ausblicke der Banken recht positiv sind, weil natürlich mit den steigenden Zinsen mehr verdient werden wird. Also die freuen sich da ein bisschen. Ja, und ich muss auch hier dazu sagen, ich besitze beide Titel. Sind die aktuellen Kurse eigentlich günstige Einstiegskurse oder stehen wir knapp vor der ultimativen Börseschmelze? Ich bekomme, ich weiß nicht, wie es dir getroht wird, aber ich bekomme im Moment extrem viel Werbung eingespielt mit diesem Fear-Focus. So, diese fünf Aktien werden nächstes Jahr abstürzen. Haben Sie Ihr Portfolio abgesichert vor den Mega-Crash-Experten? Waren und für irgendwas? Nein, ich bekomme es in die andere Richtung. Das sind die fünf Aktien, die nächstes Jahr große Gewinne bringen und so weiter. Ich bin einfach so bullisch, Robert. Ich werde schon als Bull getargetet und nicht als Bear. Ich weiß es nicht. Ja, du meinst so Sachen wie Bill Gates hat gerade diese Aktien entdeckt und diese coolen Sachen. Oder Wasserstoff. Wasserstoff kriege ich wirklich fast täglich. Wasserstoff, ja. Also man wird eben zugeballert mit den Sachen, weil viele Menschen eben Angst haben und Angst ein starker Motivator ist. Und ich hasse es persönlich, Angst als Motivator zu verwenden, weil man sollte sich von positiven Emotionen leiten lassen, wenn man es sich aussuchen kann. Nein, nein, völlig richtig. Aber man kann sich auch von der Ratio leiten lassen. Und wir schauen uns jetzt mal die US-Earnings-Season ein bisschen genauer an, sprich die Quartalsergebnisse. Und dann zeigt sich ein freundliches Bild, das aber auch ein bisschen durchwachsen ist. Freundlich, deswegen, weil 70 Prozent der Unternehmen bisher, wenn wir uns auf die S&P 500 unternehmen, also die 500 größten US-amerikanischen Aktienunternehmen, fokussieren, die bereits Zahlen gelegt haben. 70 Prozent haben eben bessere Ergebnisse geliefert als erwartet. Und 71 Prozent sogar einen besseren Umsatz als erwartet. Das klingt einmal toll. Das ist jetzt nicht ganz so toll, weil die Analysten meistens ein bisschen pessimistischer sind. Aber immerhin, das ist nicht so übel. Das, was allerdings das Üble ist, ist der Ausblick auf das vierte Quartal. Und hier werden die Prognosen deutlich pessimistischer. Und zwar von Monat zu Monat zu Monat werden sie pessimistischer. Im Juni hieß es noch, das vierte Quartal werde bei den 500 wichtigsten amerikanischen Börsenunternehmen über 9 Prozent über dem Vorjahr liegen. Und jetzt ist der Ausblick 1 Prozent unter dem Vorjahr. Also das sind 10 Prozentpunkte, die der Ausblick runtergegangen ist. Und das drückt natürlich die Börsenkurse auch. Es gibt ja eine Messzahl, die man sich ansehen kann. Das ist das Forward Price to Earnings oder das prognostizierte Kursgewinnverhältnis. Das basiert eben auf den Ausblicken des Managements und nicht anhand der Ergebnisse, die man gerade gehabt hat. Dann liegen wir jetzt knapp über 16. Das ist knapp unter dem 10-Jahress-Schnitt von 17. Also ein bisschen billiger schon, aber das super Schnäppchen auf breiter Front. Egal, was ich kaufe, es geht alles rauf, ist es eindeutig noch nicht. Aber fürs längerfristige Anlegen, fünf Jahre darüber und fürs genaue Auswählen sind jetzt die Einstiegskurse sicher attraktiv. Und Robert, schau mal für dich. Die Berkshire Hathaway E-Share haben wir schon gesagt, 438 Dollar aktuell. War dieses Jahr schon 538 Dollar, du spaßt 100.000 Dollar. Na, das klingt total geil. Ja, dann musst du gleich zuschlagen, oder? Dann muss ich gleich ordern, ja. Ja, an dieser Stelle natürlich wie immer der Hinweis. Wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informiere dich bitte umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen definitiv keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selbst Aktien haben, über die wir sprechen, sagen wir es dann immer dazu. Und damit zu einem gefallenen Engel, zu einem umstrittenen Menschen, zu jemandem, der viele Freunde, aber im Moment noch mehr Feinde hat. Wir reden von Elon Musk. In unserem Elon Musk Weekly. Und Robert, du hast dich ja letzte Woche schon fast als Elon Musk Fanboy geoutet. Mit deiner, ich sag mal, mutigen Prognose. Der kriegt Twitter hin, der schafft den Turnaround, bringt es an die Börse, wird noch reicher als bisher. Und ja, wie würdest du bislang die Performance von Elon Musk als Twitter-Boss so beurteilen? Ich habe dazu auch einen Online-Kommentar im Kurier geschrieben und kann jetzt eigentlich nicht wahnsinnig viel Negatives erkennen. Wenn das Unternehmen große Verluste macht und das hat es getan. Ja, ja. Da bin ich auch dabei. Dann muss man halt den Mitarbeiter kündigen und selbst der Ex-Chef von Twitter hat mehr oder weniger Elon Musk indirekt recht gegeben und hat gesagt, wir sind zu schnell gewachsen. Es tut ihm schrecklich leid, dass das quasi passieren muss. Von Musk hat er kein Wort gesagt und hat ihm auch nichts vorgeworfen. Das meinte ich auch gar nicht. Ich glaube auch, dass die Kündigungen notwendig sind. Wir haben es bei Twitter eh schon analysiert, dass der Umsatz pro Mitarbeiter rückläufig ist, was für eine Tech-Kompanie eigentlich untypisch ist, etc. Und dass die Software noch immer aus dem Jahre Schnee ist und so weiter, das hast du ja auch letztens gesagt. Also da bin ich ja vollkommen auf deiner Seite. Was mich ein bisschen stört, ist eine gewisse, ich nenne es mal freundlich, Sprunghaftigkeit. Also was haben wir alles gehört? Das wird es bei ihm nicht überraschen. So, in der letzten Woche. 20 Dollar für die Verification, damit Robert Kledorfer sein blaues Hackerl bekommt. 8 Dollar. Nein, jetzt aber vielleicht noch gar nichts, weil man weiß nicht. Pure Free Speech. Mehr gut, wenn wir die Wahlen jetzt abwachen. Ja, schauen wir mal. Das ist okay. Genau. Pure Free Speech. Donald Trump darf zurück. Nein, doch nicht. Machen wir lieber ein Advisory Report wie bei Facebook und lassen wir die Moderation im Moment überhaupt einstweilengleich. Kündigen wir die Hälfte der Belegschaft, aber gut, stellen wir ein paar wieder ein, weil wir sind doch über das Ziel hinausgeschossen. Also es ist recht erratisch, was passiert. Ich sage ja nicht, dass das prinzipiell managementmäßig falsch ist. Das Ziel zu sagen, Twitter muss kosteneffizienter sein, breitere Gruppen ansprechen und so weiter. Ist alles gekauft. Aber wie es gemacht wird, ist halt irgendwie recht erratisch. Das ist Elon Musk-like, würde ich sagen, aber zu den Mitarbeitern möchte ich schon sagen, das war jetzt nicht so, dass sie draufgekommen sind über Nacht. Hui, jetzt haben wir 500 zu viel rausgeworfen, sondern offenbar kamen da falsche Leute auf die Liste, was ich gelesen habe. Ja, da fragst du dich halt, wie kommen falsche Leute auf die Liste. Ja, gut, da gibt es auch wahrscheinlich doofe Afteilungsleiter. Die sind dann auch auf der Liste. Ja, dann zu Recht wohl. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also schauen wir mal, wie es sich längerfristig entwickelt. Kurzfristig schaut es noch nicht ganz so sexy aus. Und auch eines seiner Echsen, Amber Heard, die beiden haben mal gedatet und gerüchteweise soll er der Vater ihres Kindes sein. Was weiß man schon. Amber Heard, auch bekannt durch den Johnny Depp-Prozess, hat jetzt Twitter den Rücken gekehrt, ausgerechnet nach der Übernahme durch Elon Musk. Schaut nicht nach einem Zufall aus. Die Twitter-Alternative Mastodon freut sich übrigens über 500.000 neue Nutzer in den letzten 14 Tagen. Das ist praktisch eine Verdoppelung. Gerade in akademischen Kreisen findet aktuellen Massenexodus statt. Gut, ich glaube auf den einen Twitter oder die eine Twitter-Nutzerin namens Amber Heard kann man verzichten. Das ist natürlich auch wieder so ein Racheakt wahrscheinlich. Ja, natürlich. Aber pass mal auf, der hat ein Unternehmen gekauft, das vorher bewertet war, mit ungefähr 24 Milliarden. Und er hat es gekauft um 42 Milliarden. Das sind 18 Milliarden, muss er mal aufholen. Gewinne will er ja auch noch machen. Gewinne will er auch noch machen. Also ich sage mal, das ist noch ein Stück Arbeit. Definitiv. Vielleicht hat er sich auch verhoben, aber prinzipiell finde ich es richtig, dass er die Dinge da in die Hand nimmt jetzt. Und was mir auch noch dazu sagen muss, Elon Musk ist halt ein bisschen manchmal durch den Wind. Und ja, und obendran, es kann uns ja alles... Du bist ein Fanboy. Es kann uns ja auch wurscht sein. Das wollte ich gerade sagen. Es kann uns wurscht sein. Es kann uns auch eigentlich in diesem Podcast wurscht sein. Wir werden natürlich das weiter verfolgen, weil ich... Nein, es ist uns nicht wurscht, weil es gibt eine indirekte Auswirkung auf die Tesla-Aktie zum Beispiel. Natürlich, ja. Aber die besitze ich nicht. Ich auch nicht. Aber trotzdem gibt es viele, die sie haben. Und da möchte ich schon eines sagen. Tesla ist seit Jahresanfang um 50% runtergegangen. Ich kenne andere Autoaktien auch, die in ähnlicher Größe runtergegangen sind. Das ist richtig, ja. Du bist der volle Elon Musk-Apologet geworden. Das ist spannend. Seid ihr für den Trump bis Marx? Nein, es geht darum, dass da endlich mal Nägel mit Köpfen gemacht werden in dieser Bühne. Nein, da bin ich ja... Aber bis jetzt machen sie keine Nägel mit Köpfen. Bis jetzt versuchen sie Schrauben einzuschlagen mit einem Hammer. Und wenn dann Bobo-Akademiker sich eine neue Plattform suchen... Ja, sollen sie es machen. Sollen sie es machen. Das ist die freie Marktwirtschaft. Alter, super. Bin ich ja voll dafür. Eben. Ich muss nur sagen, von einer koordinierten... Ich mache jetzt die Sanierung von Twitter auf der einen Seite über, ich mache mal irgendwas und schaue, was passiert. Ups, war doch nicht das Richtige. Auf der anderen Seite ist schon ein Unterschied. Und da stört mich einfach. Ja, da gebe ich dir recht. Aber es ist eine eigene Kohle. Jedenfalls die Tesla-Aktionäre finden es nicht so cool. Ich habe gerade gesagt, 50% runter seit Jahresanfang, 13% in der letzten Woche, seitdem diese ganze Twitter-Operate ihre Arie quasi erreicht hat, wenn man so möchte. Aber eines noch zu Elon Musk. Ohne Elon Musk keine Elektroautos und keine wiederverwendbaren Raketen. Die beiden Benefits müssen wir ihm weiterhin geben. Ja. Bitte, wir kommen zu Sportschuhen. Robert, unser alter, was hast du denn heute an? Ja, ich habe wieder meine hübschen Puma an. Seine Puma an? Ja, aber das soll keine Wärme sein. Ich habe auch Adidas daheim. Hast du schon erzählt, du bist so reichert als Puma und Adidas. Ich habe meine Schuhe von Walmart, das ist der Unterschied. Ja, ich weiß, ja. Naja, so ist das. Ja, so ist das. Ja, Printjournalist, Radiojournalist, wir haben das schon oft diskutiert. Ja, natürlich, natürlich. Ja, jedenfalls gab es diese Woche interessante Kursbewegungen bei Adidas und Puma. Das liegt an einer wichtigen Personalie, nämlich der Puma-Vorstandschef Björn Gulden lässt seinen Vertrag mit dem deutschen Sportartikelkonzern nach neun Jahren zum Jahresende auslaufen. Gulden war sehr gut unterwegs, vor allem in China. Und das ist dem weniger erfolgreichen Konkurrenten Adidas nicht verborgen geblieben. Er ist in Gesprächen mit Gulden getreten. Und will ihn abwerben. Ja, und will ihn abwerben. Aber hat er nicht so eine Sperrklausel auf eine Lebenszeit? Eine Lebenszeit nicht, aber du weißt, was ich meine. Wahrscheinlich ein paar Monate, ja. Kann ich mir schon vorstellen. Jedenfalls, was auf die Kurse sich das Ganze ausgewirkt hat, ist schon bemerkenswert. Die Adidas-Aktie konnte seit Bekanntwerden der ganzen Sache um fast 15% zulegen. Wow. Puma knickte zunächst ein, konnte sich aber wieder mehr als erholen und hat dann 1-2% dazugewonnen. Und seitdem, ja, auch weil es Gerüchte über ein mögliches Ende der chinesischen Null-Covid-Politik gab, das hat... Bitte, wenn er es nie gegeben und haben Sie die irgendwann einmal materialisiert? Ja, es war ein chinesischer Epidemiologe, der, wo Reuters zugehört hat oder wo Reuters ein Band zugespielt worden ist, wo er bei irgendeinem Auftritt gesagt hat, wir werden das Ganze in den nächsten Wochen, Monaten auslaufen lassen. Und jetzt gibt es die Gerüchte, dass nach der Jahressitzung des Parlaments, die in der Regel Anfang März stattfindet, da ein Kurswechsel stattfinden könnte. Und das hat dann nicht nur diesen Aktien, sondern einigen Aktienauftritt gegeben. Es wurde allerdings zwei Tage später dann schon wieder relativiert von irgendeinem Fritzen, der gesagt hat, naja, der Gesundheit ist immer an oberster Stelle. Also mal schauen. Dass Xi Jinping von seiner erfolgreichen Anti-Covid-Strategie abgeht, kann man sich doch kaum vorstellen. Ja, inwiefern so wie Bürgermeister Ludwig wahrscheinlich nicht so schnell abgehen wird. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Also wenn du mal in Schanke oder Peking gewesen wärst während dieser Lockdowns, wo du nicht einmal in den Supermarkt gehen darfst, dann würdest du dich nicht darüber beklagen, dass du die Minamask in der U-Bahn aufsetzen musst, die du eh nicht verwendest, weil du mit dem Auto fährst. Genau. So, wollte ich auch mal sagen. Jetzt hast du es gesagt. Aber jetzt zurück zu China, nämlich auch Apple spürt China, nämlich auf zwei Seiten. Nämlich auf der einen Seite als Absatzmarkt natürlich und da spüren wir natürlich auch, dass in China die Konjunktur rückläufig ist und natürlich die eher, sagen wir mal, höherpreisigen Apple-Produkte nicht ganz so stark nachgefragt werden. Das spürt man auch. Aber natürlich vor allem in der Produktion, weil wie auf jedem Apple-Produkt draufsteht, designed in California, made in China. Und die Produktion im Hauptwerk in China wird laut Mitteilung aktuell von Covid-Einschränkungen massiv beeinträchtigt. Die Fabrik läuft mit geringerem Ausstoß. Und das ist vor allem jetzt blöd. Also Weihnachtsgeschäft und so weiter wissen wir eh. Und für die Kunden wird das längere Wartezeiten bedeuten. Und Apple hat in den letzten fünf Tagen zehn Prozent verloren, was allerdings auch stark an den Zinserhöhungen in den USA liegt. Positiv für Apple und negativ für Meta-Facebook ist, dass bei Apple das Tracking jetzt ja ausgeschaltet ist. Das bedeutet, wenn du mit dem aktuellen iPhone eine Website aufmachst, kann die Ad-ID deines Smartphones nicht mehr ausgelesen werden. Und was bedeutet das? Die Facebook-Werbekunden können nicht mehr messen, wie viele User über Facebook auf ihre Seiten gekommen sind. Die sogenannte Conversion, nämlich die View-Through-Conversion. Und das kostet den eh schon gebeutelten Meta-Konzerten nochmals extra Kohle. Die Rede ist davon, dass das jetzt 15 Prozent der Apple-User bereits verwenden, weil ja nicht alle das neue Gerät haben. Aber mit jedem Rollout und mit jedem Update wird das natürlich stärker. Und interessanterweise sind die Werbeumsätze von Apple in der Zeit gestiegen. Das heißt, es könnte sein, dass Apple das Thema Datenschutz einfach verwendet, um nochmal einen Profit zu machen. Wenn schon Werbung, dann wirklich bei Apple selber, weil das ist die gute Werbung. Bevor wir jetzt schließen, möchte ich noch einen Hinweis abgeben, nämlich auf einen anderen Börse-Podcast, und zwar von unserem lieben Kollegen Christian Drastil. Der die Seite Börsenradio.at betreibt. Christian hört uns wöchentlich und ist ein großer Fan unseres Podcasts. Dort wurde ich für die Rubrik Börse-People eingeladen und ich durfte einiges zu meiner Person, unserem Podcast und der Zusammenarbeit mit dir, lieber Rüdiger, erzählen. Also wenn ich schon mit so einem Börse-People in einem Studio stehen darf, was mich in einem Studio, wie ich hier sagen möchte, stehen darf, was mich sehr froh macht. Was hast du denn alles erzählt? Die Details, die Gansagen? Die Gansagen, ja. Die Behind the Sins, also die Clever-Pizza in der Mikrowelle. Clever-Pizza in der Mikrowelle, nein. Also wenn ihr das anhören wollt, jedenfalls, dann hört ab Montag 6 Uhr früh auf Börsenradio.at rein und klickt die Rubrik Börse-People an. Das war's wieder für dieses Mal. Wer uns schreiben möchte, bitte einen ziemlich gut veranlagten Courier.at. Wir sind doch immer auf der Suche nach diesen Sitzpolster-Käufern. Ja, wir bleiben dran. Wir halten bei einem. Naja, wir müssen ja auch mal einen guten Lieferanten finden. Ja, einen Preis müssen wir auch mal sagen. Ohne Preis, was verkaufen ist schwer. Aber wir würden uns freuen, wer da über weitere... Interessen. Also wenn ihr Interesse habt am, ich sitze ja alles aus, Kledorfer Sitzkissen, dann bitte sagen. Und schreiben. Und wir freuen uns natürlich auch noch obendrein, wenn ihr uns bewertet und auch noch abonniert und uns vor allem auf Courier.at und Kronhit.at hört, weil dort klingt der Podcast, habe ich mir sagen lassen, am schönsten. Geht aber auch bei Spotify. Natürlich nächste Woche seid ihr hoffentlich wieder mit dabei. Da sind wir vielleicht reicher. Aber sicher.